Du fühlst dich antriebslos, lustlos, kraftlos, du hast wenig Verlangen nach Sexualität, deine Erektionsfähigkeit lässt nach, du verlierst Muskeln und fühlst dich depressiv, dann kann es daran liegen, dass du einen Testosteron-Mangel hast. What? Und es ist nicht verwunderlich, denn von Jahr zu Jahr sinkt der Testosteron-Spiegel in Deutschland bzw. in der westlichen Welt. Und es ist ja nicht verwunderlich, weil 60% der Männer in Deutschland sind übergewichtig. Und Übergewicht kann dafür sorgen, dass dein Testosteron-Spiegel nach unten geht bzw. sinkt. Und auch die heutigen Trends sorgen dafür, dass halt eben immer mehr von der Männlichkeit weggegangen wird und mehr in die Weiblichkeit gegangen wird. Also Männer werden immer weiblicher. No! God! Please! No! No! Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja warum ist das so? Woran liegt das? Und dabei ist es wichtig erstmal die Ursachen zu verstehen, wie du überhaupt einen Testosteron-Mangel bekommst. Und damit werden wir uns heute in diesem Video beschäftigen, nämlich welche Ursachen deinen Testosteron-Mangel verursachen und wie du dein Testosteron erhöhen kannst, indem du diese Ursachen vermeidest. Also legen wir los! Also als allererstes können Zucker und raffinierte Kohlenhydrate dafür sorgen, dass dein Testosteron-Spiegel nach unten geht. Und das liegt einfach vor allem daran, dass wenn du zu viel Zucker und zu viel raffinierte Kohlenhydrate wie Weißmilch konsumierst, dass du in eine Insulinresistenz gerätst. Und eine Insulinresistenz bekommst du dadurch, wenn du halt eben viel Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index konsumierst. Und deshalb dafür, dass dein Insulin steigt und deshalb dafür, dass die Zelle dein Insulin blockiert. Und Insulin transportiert halt eben das Zucker vom Blut in die Zelle hinein. Aber sobald die Zelle halt einfach überfüllt ist und überbelastet ist, dann blockiert es halt eben das Insulin. Und das sorgt dafür, dass das Insulin halt eben irgendwo die Glucose anders abspeichern muss, also den Zucker. Und es speichert dann letzten Endes die Glucose als Fett ab. Und das sorgt dann halt eben für Übergewicht. Und Übergewicht sorgt dafür, dass der Testosteron-Spiegel sinkt. Komplikationen entstanden, dauerten an und wurden überwunden. Deswegen ist es am besten auf jeden Fall auf eine Low-Carb-Ernährung zu gehen. Und weniger Kohlenhydrate und weniger Zucker zu konsumieren. Und das sorgt dafür, dass du halt eben erstmal gar nicht an eine Insulinresistenz gerätst. Und zweitens, dass du in eine Fettverbrennung kommst. Und das sorgt dafür, dass dein Testosteron-Spiegel sich wieder erhöht. Dann als zweites haben wir den Alkohol. Vom Alkohol wie zum Beispiel Bier. Denn Bier enthält viel Östrogene. Und Östrogene sorgen dafür, dass dein Testosteron-Spiegel nach unten geht. No, 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 no. Und deswegen wirst du auf jeden Fall den Alkohol vermeiden. Weil Alkohol ist ja nicht nur schädlich für dein Testosteron, sondern auch für den Muskelaufbau. Sondern auch für deine DNA, Leber, Niere, deine Gesundheit, für deine Verdauung, für alles. Deswegen ist es am besten, wenn du einfach den Alkohol weglässt. Das gibt eine Anzeige. Dann kommen wir zu drittens. Kranzfette. Kranzfette wie zum Beispiel Samenöle sorgen dafür, dass deine Entzündungen sich in deinem Körper erhöhen. Und das kann dafür sorgen, dass du ein erhöhtes Risiko hast, Krebs oder Herzerkrankung zu bekommen. Oder das kann auch dafür sorgen, dass deine Testosteron-Produktion gesenkt wird. Und deswegen wirst du auf jeden Fall diese Samenöle vermeiden, die gesundheitlich sehr schädlich für dich sind. Und stattdessen natürliche Fettquellen zu dir aufnehmen. In Form von Kokosöl, Avocadoöl, Olivenöl oder Butter. Die auf jeden Fall deutlich besser für deine Gesundheit sind. Und vor allem auch für deinen Testosteron-Spiegel. Und viertens kommen wir zu den Medikamenten namens Statine. Und Statine hemmen dein Cholesterin. Und das ist halt eher suboptimal, vor allem für deine Testosteron-Produktion. Weil Cholesterin ist der Wegbereiter für Testosteron. Und der ist sehr aktiv an der Produktion von Testosteron und anderen Sexhormonen beteiligt. Deswegen, wenn du wenig Cholesterin hast, beziehungsweise den Cholesterin hemmst, dann sorgt das dafür, dass du halt eben nicht so gut dein Testosteron produzieren kannst. Und deswegen wirst du auf jeden Fall Statine, also diese Medikamente, vermeiden. Und stattdessen möchtest du auf jeden Fall eine viel reichere Diät zu dir aufnehmen an Cholesterin. Wie zum Beispiel durch Eier oder rotes Fleisch. Und rotes Fleisch ist auf jeden Fall auch sehr reich an Zink. Und Zink ist das Nummer 1 Mineral für die Testosteron-Produktion. Deswegen isst dann auf jeden Fall mehr Eier und rotes Fleisch. Und vermeide diese Statine. Ei, ei, Captain! Dann fünftens haben wir Stress. Vor allem das Stresshormon Cortisol. Das liegt einfach daran, dass einfach Testosteron und Cortisol antagonistische Hormone sind. Das bedeutet, dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Und das kann dafür sorgen, dass du halt eben einen Testosteron-Mangel hast. Nein, doch! Deswegen möchtest du auf jeden Fall deinen Stress reduzieren. Und das kannst du so machen, indem du halt dich sehr oft draußen bewegst in der Natur. Oder ein intensives Training machst. Egal ob draußen oder drinnen. Hauptsache du machst ein intensives Training. Und das kann alles dafür sorgen, dass du halt eben deinen Stress reduzieren kannst. Und das sorgt dafür, dass dein Testosteron sich somit erhöhen kann. Hehe, boah! Dann sechstens kann auch ein schlechter Schlaf bzw. zu wenig Schlaf dafür sorgen, dass du einen Testosteron-Mangel bekommst. Dann sind die einfach daran, dass Schlaf eine wichtige Rolle spielt bei der Regulation deines Hormonhaushaltes im Körper. Das bedeutet, während du schläfst, wird hauptsächlich Testosteron produziert. Wow! Also bedeutet, wenn du zu wenig schläfst, dann hast du auch einen Testosteron-Mangel. Deswegen möchtest du auf jeden Fall 7-8 Stunden schlafen. Weil das ist nicht nur gut für deine Testosteron-Produktion, sondern auch für den Muskelaufbau, für die Fettverbrennung, für die Regeneration, für alles. Also Schlaf darf man nicht unterschätzen. Und ein guter Schlaf und langer Schlaf ist sehr effektiv, vor allem auch für deine Gesundheit. Dann kommen wir zu siebtens, nämlich MSG, also Mononatriumglutamat. Das ist ein Geschmackverstärker, den du beispielsweise in Fastfood oder verarbeiteten Lebensmittel findest. Und der sorgt dafür, dass halt eben diese sogenannten Lebensmittel viel besser schmecken, als sie jetzt letzten Ende sind. Das ist eigentlich leere Nahrung, leere Energie. Das sind eher Verschwender. Also die sorgen halt eher dafür, dass deine Vitamine, Mineralstoffe und Enzyme geraubt werden, damit die halt irgendwie verdaut werden können. Also es ist nicht nur schädlich für deine Gesundheit, sondern auch schädlich für deine Testosteron-Produktion. Dann kommen wir zu achtens, nämlich Soja. Und Soja findest du heutzutage in vielen Lebensmitteln oder Produkten, wie zum Beispiel Salatpressing, Proteinriegel und Proteinpulver. Und wenn du halt zu viel Soja konsumierst, dann kann es dafür sorgen, dass halt eben deine Estrogene im Körper sich erhöhen. Und das sorgt für einen Testosteron-Mangel. Und auch wenn Frauen zum Beispiel viel Soja konsumieren, dann sorgt es dafür, dass ihr Estrogen, dieses pflanzlich schwächere Estrogen, blockiert wird. Und das sorgt für einen Estrogen-Mangel bei Frauen. Und das ist eher suboptimal für Frauen. Deswegen ist es am besten, weniger Soja zu konsumieren für Männer und Frauen. Und wenn man schon eher Soja konsumieren möchte, dann sollte man trotzdem in geringen Mengen Soja konsumieren. Aber dann fermentiertes Soja, wie Miso, Nato oder Tempeh oder fermentiertes Tofu zu sich aufnehmen. Denn das ist zumindest besser als halt eben dieses unfermentierte Tofu. Dann neuntens kommen wir zu Mikrowelm-Popcorn. Mikrowelm-Popcorn enthält PFA's. Und das sind Ewigkeitschemikalien und das sind Substanzen, die das endokrine System stören und deine Gesundheit schaden können. Und die können auch dafür sorgen, dass Estrogene sich in deinem Körper erhöhen. Und das sorgt für einen Testosteron-Mangel. Deswegen möchtest du auf jeden Fall dieses Mikrowelm-Popcorn vermeiden. Weil es halt eben nicht nur deine Gesundheit, sondern auch deine Testosteron-Produktion beeinträchtigt. Okay. Dann zehntens, das haben wir schon bereits erwähnt, ist Übergewicht. Also wenn du mehr Fett hast, dann sorgt es dafür, dass das Enzym Aromatase ansteigt. Und dieses Enzym sorgt dafür, dass Testosteron sich in Estrogene umwandelt. Und das sorgt für einen Testosteron-Mangel. Deswegen möchtest du auf jeden Fall auf eine Low-Carb-Ernährung gehen und dazu noch Intervallfasten mit einbauen und ein Kaloriendefizit gehen. Denn das sorgt dafür, dass du besser in eine Fettverbrennung kommst, dass du besser Gewicht hier verlieren kannst und dass du somit deine Testosteron-Produktion erhöhen kannst. Nice. Dann elftens kommen wir zu Aspartam. Und Aspartam findest du beispielsweise in Limonade. Und dieses Aspartam dringt in dein Gehirn ein und sorgt dafür, dass deine Testosteron-Produktion gestört wird. Denn dein Testosteron wird von dem Hyperthalamus im Gehirn kontrolliert. Und wenn Leute zum Beispiel Demenz oder Alzheimer haben, dann sinkt auch ihr Testosteron. Deswegen möchtest du auf jeden Fall das Aspartam vermeiden, also Limonaden vermeiden und auf eine Low-Carb-Ernährung gehen. Und das sorgt dafür, dass du halt dann eben Ketone generierst, die eine sehr gute Energiequelle für deinen Gehirn sind. Also sie helfen deinem Gehirn am besten zu funktionieren, weil dein Gehirn arbeitet am besten, wenn es Fetter verbrennt. Und somit bist du viel konzentrierter, viel effektiver und viel energiereicher über den Tag hindurch. I'm proud of you, you know that. Und zu guter Letzt, zwölftens, kommen wir zu Plastikflaschen. Denn Plastikflaschen enthalten BPA und ist eine Substanz, die dein endokrines System stört und deine Gesundheit schädigt und dein Estrogen im Körper erhöht, was zu einem Testosteron-Mangel führt. Deswegen möchtest du auf jeden Fall Plastikflaschen vermeiden, am besten noch gefiltertes Wasser zu dir aufnehmen oder Wasser aus Glasflaschen. Okay, let's go! Gut, das war's jetzt vom Video. Jetzt weißt du, was dein Testosteron-Mangel verursacht und dass du diese Sachen vor allem sehr vermeiden möchtest. Und du weißt jetzt auch schon, wie du deinen Testosteron-Spiegel erhöhen kannst. Und apropos Testosteron-Spiegel erhöhen. Wenn du möchtest, kannst du auch auf jeden Fall ein Video für mich angucken, wo ich dir aufzeige, welche Nahrungsmittel dein Testosteron-Spiegel erhöhen können. Das habe ich hier oben irgendwo in der Info gerade verlinkt. Also wenn du da Interesse hast, dann schau auf jeden Fall vorbei. Genau. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde es mir auf jeden Fall freuen, wenn du einen fetten Daumen nach oben auf diesem Video da lässt, um ihn nicht vergisst zu abonnieren, um kein anderes Video zu verpassen. Bis dann und bis zum nächsten Video. Dein David.